Hallo Detlef, das ist der Schlag Schari 5, D06, am 24. September. Entgegen der Befürchtung ist deutlich weniger Ausfallgetreide vorhanden als gedacht und wenn, dann nur in ganz schmalen Streifen, so wie man hier vielleicht etwas erkennen kann. Die einzelnen Pflanzen sind relativ schön entwickelt, so wie du hier siehst. Wir wollen eigentlich ein bisschen Wachstumsregler, vor allem die nächsten zwei Tage. Die Frage lautet, soll man den Weizen, den man hier vereinzelt sieht, mitbekämpfen oder nicht? Weitere Unkräuter sind eigentlich keine zu erkennen, sodass man auch weitere Gaben von einem Metazaglo oder sonst irgendwas eigentlich versichten kann. Bitte um deine Meinung. Vorher